Wenn Sie Probleme mit der externen Anzeige Ihres Computers haben, sind hier einige Schritte zur Fehlerbehebung aufgeführt, die Ihnen sicherlich helfen werden. Schauen Sie sich Ihre Ausrüstung genau an, um festzustellen, ob physische Schäden bestehen. Stellen Sie sicher, dass die Videoanschlüsse durch nichts blockiert werden. Überprüfen Sie sie auf verbogene Platten oder lose Teile. Überprüfen Sie beide Enden des Videokabels. Wenn Sie physische Schäden an Ihrem externen Display feststellen, wenden Sie sich über soziale Medien auf Facebook oder Twitter an einem technischen Support-Mitarbeiter von Dell. Experimentieren Sie mit verschiedenen Kombinationen von Kabeltypen und Ports. Überprüfen Sie die Videoangänge und verwenden Sie ein anderes Kabel, um eine Verbindung zum Computer auf Desktops herzustellen. Die Grafikkarte ermöglicht möglicherweise nur eine bestimmte Kombination von Anschlüssen und Videokabeln. Weitere Informationen finden Sie im Online-Benutzerhandbuch zu Ihrer Grafikkarte. Überprüfen Sie, ob Ihr Monitor einen Selbsttest erfolgreich bestanden hat. Trennen Sie alle Strom- und Videokabel für mindestens 10 Sekunden von Monitor. Schließen Sie anschließend die Strom- und Videokabel wieder an. Sie sollten jetzt die Meldung, kein Signaleingang sehen. Wenn der Monitor kein Videosignal erkennen kann und ordnungsgemäß funktioniert, sollte ein schwebendes Dialogfeld auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wenn Ihr Monitor diesen Selbsttest nicht besteht, aktualisieren Sie das BIOS und die Treiber mit Dell SupportAssist. Suchen Sie in Windows nach BitLocker und wählen Sie es aus. Klicken Sie auf Schutz anhalten und bestätigen Sie. Suchen Sie nun in Windows nach SupportAssist und öffnen Sie es. Navigieren Sie zu Treiber- und Downloadsladen und klicken Sie auf Ausführen. SupportAssist zeigt automatisch alle verfügbaren Updates an. Klicken Sie auf Installieren und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Möglicherweise möchten Sie Ihren Grafiktreiber aktualisieren. Besuchen Sie dell.de slash support und geben Sie die Servicetag Ihres Computers ein. Wählen Sie Treiber und Downloads. Wählen Sie im Feld Kategorie Video aus und laden Sie das neueste Update herunter. Führen Sie die Datei aus, klicken Sie auf Installieren und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen. Wenn Sie weiterhin Hilfe benötigen, wenden Sie sich an einen technischen Support-Mitarbeiter von Dell, um weitere Unterstützung über soziale Medien auf Facebook oder Twitter zu erhalten. Sie können auch das Dell Community Forum besuchen, um zu erfahren, was andere zu diesem Thema sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen!